So, es ist Podcast, meine Kerle. Ich begrüße einmal den Jean und einmal den Hauke. Hallo. Hallo Micha und ja, hallo an alle anderen. Also hallo Jean und überhaupt Sternchen-Publikum. Einen mutter schönen guten Abend an alle und ja, schön, dass wir es wieder zusammengeschafft haben. Genau. So fast zwei Wochen sind rum, dadurch, dass wir beim letzten Mal geschoben haben. Aber wir sind wieder da und reichlich Publikum. Zumindest live. Danke dafür, dass ihr da seid und dann auch danke nachher an alle, die sich das doch mal aus der Reserve und oder bei Spotify anhören. Auf jeden Fall. Ja, was war bei euch die letzten Wochen so los? Sonst hätte ich beispielsweise direkt schon das Thema der Augsburger Linux Tage. Ja, hau raus. Augsburger Linux Tage. Ich glaube, das heißt gar nicht Augsburger Linux Tag. Es heißt Augsburger Info Linux Tag. Ist ja auch nur mal ein Tag gewesen. Und ich war, da war jetzt am vergangenen Samstag zu der Zeit, wo wir das jetzt hier aufnehmen, beziehungsweise wo wir live sind. Und ich muss sagen, war wieder eine nette, kleine Veranstaltung. Ich habe das Gefühl, es ist weniger los gewesen als letztes Jahr. Das Wetter war aber auch echt bescheiden. Also ich habe das Gefühl so, ja, klar ist zwar alles drinnen. Das heißt, eigentlich in der Theorie müsste dann mehr los sein, weil die Leute halt eben nicht so Schönes machen können. Aber ich habe manchmal das Gefühl, bei uns in der Linux Welt ist das schon draußen die Natur sozusagen, wenn man zu so einer Linux Veranstaltung geht. Und ich glaube, die Motivation wird dann wahrscheinlich auch nicht so hoch sein, wenn es ziemlich kalt ist. Und genau, nee, von daher war ich jetzt aber trotzdem natürlich dort, beziehungsweise ich habe mich natürlich auch darauf gefreut und durfte einen Workshop halten zu LibreOffice. Mal ganz klassisch wieder LibreOffice Writer. Und das kam eigentlich auch ziemlich gut an. Auch ein paar Zuschauer sprechen dürfen tatsächlich, auch mit dem einen oder anderen etwas länger unterhalten. Und es war tatsächlich ziemlich schön. Aber ansonsten muss ich sagen, hat mich da kein weiterer Vortrag so richtig abgeholt. Ich glaube, die meisten, die waren nämlich währenddessen, wo mein Workshop war. Das war natürlich ein bisschen schade. Also es gab ein großes Vortragsprogramm für alle, die da jetzt nicht so Firmen sind. Ich glaube, drei Vortragstracks. Nee, fünf Vortragstracks, meine ich. Und dann nochmal zwei Workshopstracks. Also schon relativ viel. Aber tatsächlich hat mich da dann gar nicht mehr so viel interessiert am Ende. Habe ich mich mehr mit den Leuten unterhalten. Und das war dann tatsächlich auch ziemlich schön. Und ja, ich freue mich eventuell auch wieder aufs nächstes Jahr. Ist tatsächlich einer der wenigen Veranstaltungen im Süden, wie ich das immer so schön sage. Also im Süden von Deutschland. Also Grazer Linux-Tage gab es schon, ich meine Vorarlberg, den Linux-Day, den wird es glaube ich noch geben. Und die Tübix, die Tübinger Linux-Tage, die sollte es auch noch geben. Aber ja, so bei den anderen war ich noch nicht. Augsburg ist meine südlichste Veranstaltung, wo ich bis jetzt war. Und es ist immer wieder schön, dort mit coolen neuen Leuten zu sprechen. Tatsächlich. Ja, und ansonsten so richtig was Schönes mitgenommen habe ich, glaube ich, ich glaube wirklich nicht. Außer mit sehr vielen Leuten unterhalten und auch mit neun Leuten auch angetroffen, sage ich mal. Beispielsweise von Manjaro habe ich den einen Geschäftsführer mit, ich weiß nicht, ob er Geschäftsführer ist. Aber er ist mit Philipp Müller, macht er das jetzt zusammen. Das war ziemlich cool. Haben wir uns relativ lang unterhalten und wie es bei Manjaro so ein bisschen weiter geht. Aber ich glaube, da darf ich nicht zu viel erzählen. Aber es geht auf jeden Fall weiter bei Manjaro und das ist ziemlich schön. Und sonst eigentlich eine entspannte Linux-Veranstaltung, sage ich mal. Nicht viel Negatives, auch nicht so super viel krass Positives. Aber war solide, mit tollen Leuten unterhalten und ich glaube, das war es auch schon dazu. Und trotzdem würde ich sagen, würde ich nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen. Zum einen natürlich, um anderen Leuten wieder was beibringen zu dürfen, beziehungsweise da auch nochmal etwas von sich geben zu dürfen. Und zum anderen natürlich auch der Austausch, weil da ist dann jeder auch so ein bisschen gezwungen. Man ist ja dann dort, um sich dann mit anderen Leuten zu unterhalten und einfach mal, ich sage mal, den Kopf aus dem Häuschen sozusagen zu strecken und so ein bisschen auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Wobei über den Tellerrand auf einer Linux-Veranstaltung, aber ihr wisst, was ich meine, es gibt ja auch unter Linux verschiedene Themenbereiche, in die man ja sonst so nicht so groß reinschnuppert. Und das ist immer schön und kann ich auf jeden Fall auch immer nur jedem empfehlen, wenn es bei euch in der Nähe eine Linux-Veranstaltung gibt, auf jeden Fall dahin zu gehen. Und ich glaube, ich habe fast alle Leute, mit denen ich jetzt mehr zusammen im Linux-Bereich mache, über so eine Veranstaltung hingegangen hat. Also Micha, ich glaube, da sind wir beide die Ausnahme. Wir haben uns dafür danach immer wieder regelmäßig getroffen, sage ich mal. Kannst du nicht sagen. Na, aber war ja am Ende auch die, ja. Naja, Tux-Tage ist ja sowas ähnliches. Genau, ja, na genau, das ist die Sache. Aber hast du recht, genau, da wollte ich jetzt auch rauskommen. Also die Tux-Tage, da funktioniert das dann auch. Aber auf eine andere Art und Weise, sage ich mal. Und das gibt es wahrscheinlich seltener, ist aber natürlich auch genauso wichtig. Nebenbei Tux-Tage, wenn wir wohl schon dabei sind, am 2. November, glaube ich, finden die statt. Ein Zuschauer wusste, das ist letztens besser als ich. Das fand ich ganz schlimm. Alter, 2. November ist es. Ja, genau. Da suchen wir natürlich noch Vorträge. Schaut mal gerne bei Tux-Tage.de vorbei. Und da freuen wir uns auf jeden Fall über Einsendungen. Und ich glaube, das wird ziemlich cool wieder auch dieses Jahr. Ja, jetzt bin ich fertig mit meinem Monolog. Ja, ja, wenn du nach Augsburg fährst, fährst du da nur Regio? Oder wie ist da so deine Reisehute oder dein Reisegefährt? Ja, ja, also ich könnte ICE fahren, aber ich habe das Deutschland-Ticket. Und es hat sich, ich glaube, ICE wäre vielleicht eine halbe Stunde schneller gewesen. Vielleicht, ne? Ich glaube, circa eine halbe Stunde schneller gewesen. Ansonsten auch nicht viel mehr. Ich bin, wann bin ich losgefahren hier? Ich glaube, ich bin um kurz vor 7 hier losgefahren, damit ich um kurz vor 11 dann meinen Workshop starten konnte. Und tatsächlich, das war auch, ich habe auch ein bisschen Puffer eingeplant, weil, hey, ist die Bahn. Habe ich tatsächlich dann auch gebraucht, den Puffer. Und das hat dann aber wunderbar funktioniert. Nee, ich bin nur Regio gefahren. Also ich bin da aus der Region Erlangen natürlich dann gekommen. Und das dauert ein Momentchen. Aber ich war auch nicht derjenige, der am weitesten angereist ist. Beispielsweise Johannes von GNU... Nee, GNU Linux Rocks. Linux Rocks, sowas in der Hinsicht. Der hat einen englischen Kanal über Hardware so ein bisschen in die Richtung. Und den sehe ich auch immer wieder auf den Linux-Veranstaltungen. Der hat auch bei den Kieler Linux-Tagen vorgetragen. Ich meine, in Chemnitz war er auch mit dabei. Und den habe ich auch wieder gesehen. Der ist auch aus meiner Nähe, sage ich mal. Das ist dann auch ganz cool. Und natürlich viele weitere Leute wieder getroffen. Aber tatsächlich, wenn man so jetzt... Vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl. Ich finde, in Augsburg sind noch mal ganz andere Leute dabei. Jetzt als wie in beispielsweise Chemnitz, Frostkorn und Kiel. Beispielsweise Chemnitz, Frostkorn und Kiel sehe ich immer wieder Leute. Immer wieder die gleichen Leute, sage ich mal. Also das ist so ein bisschen, schon so ein... Also es sind schon immer viele neue Leute natürlich auch dabei. Aber man sieht schon immer dieselben Gesichter. Und das habe ich jetzt in Augsburg gar nicht gehabt. Also ist auch mal wieder sehr erfrischend gewesen. Natürlich kannte ich da auch ein paar. Aber die sind da nicht auf den anderen Veranstaltungen. Das fand ich schon ganz cool. Also wer da mal so einen Szenenwechsel braucht, eventuell könnte das auch eine ganz interessante Sache sein. Und ja, total schön gewesen eigentlich. Ja, so weit zu den Augsburger Linux-Tagen. Und wie man immer sagt, nach den Linux-Tagen ist auch wieder vor den Linux-Tagen. Weil da steht dann auch schon wieder das eine oder andere an. Jetzt von unserer Erlanger Linux-User-Group werden wir jetzt am 4. Mai dann was haben. Ist aber relativ klein gehalten, sage ich mal. Trotzdem total schön. Schaut gerne vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Und dann gibt es wahrscheinlich noch mal drei Stück bis zur Froscon. Oder irgendwie sowas. Froscon wird dann glaube ich auch wieder sehr, sehr schön. Aber ich glaube ich... Oder Froschcon, ne? Manche sagen ja Froschcon, Froschcon. Wie sagt ihr dazu? Also ich hätte jetzt gesagt Froschcon, aber... Hm. Ja, ja, ja. Ich wäre auch so langweilig mit Froschcon. Ich finde, es klingt auch schöner. Also ja, Frosch... Ne, keine Ahnung. Die haben Frosch als Logo, oder? Ja, genau. Also von daher... Ja, ich weiß nicht. Ich kann mich nicht damit anfreunden. Aber das ist ja auch total okay. Ja, irgendwie ist das Wortspiel da bei Dingen beabsichtigt. Aber ist ja auch völlig okay. Und im September haben wir auch viel zu tun. Also ich bin da einen halben Monat quasi am Springen und Pendeln. Das ist aber auch immer ganz schön. Wenn es dann wieder zu den Keylooks geht. Genau, das ist der 19. bis 21. September. Auf keylooks.de mit IE oder bloß mit I könnt ihr auch schon Vorträge oder Ideen für Vorträge, die ihr gerne halten möchtet, eintragen. Ihr könnt natürlich auch Sponsor werden. Schon vor einem Stand euch bewerben und so weiter. Also das geht jetzt bei uns auch schon wieder los. Ja. Aber jetzt eigentlich ist es ja so wie... Eigentlich ist es ja so wie jedes Jahr. Bloß wieder ein bisschen anders. Aber irgendwie, naja. Wie bei den anderen Veranstaltungen auch. Also das, was du vorhin meintest, dass du da nicht so viel mitnehmen kannst, das kann auch daran liegen, dass du sowieso insgesamt sehr gut informiert bist. Also jetzt wieder alter Sackmodus. Also die Zeiten, wo man noch irgendwo hin musste, um Informationen zu kriegen. Ich denke da so an die CeBits vergangener Zeiten. War das total interessant. Weil du hattest nichts. Du hattest vielleicht irgendwie eine Zeitschrift, wo mal ein bisschen so Computerkram drin stand. Aber dort hast du noch ein paar Informationen gekriegt. Konntest dich direkt mit den Leuten unterhalten. Oder auch die eine oder andere CD oder irgendwas anderes abstauben. Was du ja so auch datenmäßig nicht übers Internet ziehen konntest. Wenn es vorhanden war, war es zu langsam und so. Also von daher sind wir ja mehr oder weniger, Micha, das geht dir ja genauso, ne? Also mit Informationen gesättigt. Wir sortieren ja eigentlich eher aus, als dass wir gezielt nach Dingen suchen. So ist es jetzt ja schon lange. Und ja, also von daher ist das jetzt noch nicht erstaunlich. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass, obwohl mit den Kieler Linux Tagen sind wir ja immer so ein bisschen hoch, runter mit Besucherzahlen. Aber insgesamt geht der Trend natürlich zurück. Weil man braucht nicht mehr irgendwo hin. Das ist irgendwie lästig. Man muss denn aus dem Haus. Und wenn das Wetter jetzt nicht gut ist oder zu gut ist, dann macht man vielleicht was anderes. Und guckt von zu Hause dann entweder den Livestream oder die Aufzeichnung. Das ist so, ne? Also die wenigen Sachen, die du wirklich vor Ort hast, sodass du dich mit Leuten wirklich immer unterhältst. Das kriegst du nicht so unbedingt direkt ins Internet verlagert. Aber die anderen Sachen, also allein der Informationen wegen gehst du eher nicht mehr aus dem Haus. Das ist so. Ich finde es aber eigentlich auch so ganz gut, dass das, was den Einzelnen interessiert, der vielleicht sogar den Weg nicht nehmen kann oder möchte, kann sich zumindest die Vorträge angucken. Aber das, was ich schätzen und lieben gelernt habe, ist wirklich diese Interaktion mit Ausstellern und den Leuten dort. Weil das ist das, was in unserer Filterblase noch irgendwo sich setzen würde, sag ich mal. Also das kannste, das will man bewusst nicht aussortieren, so wie du es vorhin gesagt hast. Das ist eigentlich genau das, was wir noch brauchen. Und so das Connecten und das Austauschen, vielleicht sogar Erfahrungsberichte, weil News lesen, Man-Pages lesen, Patch-Notes lesen, ist alles schön und gut. Aber, wie sag ich immer, am Ende knallt die Peitsche und die Praxis ist doch das, was wir brauchen. Und da ist so ein Austausch deutlich besser. Total, ja. Also es ist ein guter Punkt, den ihr da reinbringt. Zumal auch, ich mir die Frage auch letztens selber oder mir jemand auch irgendwie gesagt hat, ich glaube dann dort, als ich gesagt habe, ja, ich fand da gar nicht mal so viel interessant. Gut, beispielsweise, was es gab, war Docker für Einsteiger, ne, sowas. Ist total gut, dass es sowas gibt. Und ich mache ja auch immer relativ viele Einsteigerthemen, weil ich das auch super wichtig finde. Weil, ne, das Wissen müssen wir weitergeben, deswegen gibt es ja Linux-Guides, ne, also, das ist ja genau dafür da. Und, ähm, das kann schon gut sein, ne, dass man dann irgendwann einen Wissensschatz bekommt oder einen Horizont, ich sag mal, dann sich, ich sag mal, sich aufbaut, wo man dann schon relativ viel über die verschiedenen Dinge Bescheid weiß. Und natürlich, ähm, geht's dann auch meistens dann nur noch sehr spezieller, ich sag mal, weiter oder, ne, in die Richtung dann. Natürlich, aber, ich würde sagen, man sollte immer offen für neue Möglichkeiten oder für neue Technologien, für neue, ähm, Anwendungsmöglichkeiten sein und wie Leute eventuell etwas handhaben. Ähm, beispielsweise in Chemnitz habe ich dadurch ASCII-Doc kennengelernt, nur obwohl es eigentlich um Ansible ging, wobei der Vortrag ging mehr über ASCII-Doc anstatt über Ansible. Aber trotzdem super, super, äh, gut gewesen. Und, äh, da, ich glaube, es ist schon gar nicht so schlecht, sich bei einzelnen Sachen eventuell den Horizont zu erweitern. Aber ich kenne auch ganz viele Leute bei Linux-Einstaltungen, ähm, die in keine einzige, die in keinen einzigen Vortrag gehen, ne, sondern nur an Ständen und, äh, da dann das Networking betreiben, ich sag mal, ne, sich da austauschen. Und, äh, genau, das ist es ja eigentlich auch das, was am wertvollsten ist. Vor allem die Vorträge kann man, wenn man möchte, sich dann sowieso nochmal im Nachhinein die meisten jedenfalls ansehen. Ähm, wobei ich glaube, dass, da ist auch ein Stückchen Wahrheit drin, wenn man das nicht in der ersten Woche nach der Veranstaltung macht, dann wird man es wahrscheinlich, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das dann nochmal irgendwann nachholt, sehr gering. Ähm, von daher, äh, ich glaube, ist das Wichtigste an solchen Veranstaltungen vor allem dann das, das Netzwerken, das Miteinanderreden, Erfahrungen, Gedankenaustauschen, auch alte Bekannte wieder zu treffen, die man eventuell auch nur auf Linux-Veranstaltungen sieht. Also, ich glaube, ne, ähm, Hauke, du wirst da wahrscheinlich auch eine Handvoll von Leuten haben, die du nur auch bei den Linux-Veranstaltungen siehst und mit denen sprichst. Ähm, so ist es bei mir auch. Und, ähm, das ist schon, ja, eigentlich eine coole Sache. Und eventuell auch nochmal das, wo sich die Linux-Veranstaltungen eventuell nochmal mehr drauf fokussieren könnten, die offline Linux-Veranstaltungen, hätte ich gesagt. Wobei tatsächlich bei, ja, ganz, ganz vielen, ähm, Veranstaltungen, die zu viele Vortragseinreichungen haben. Und, genau, dadurch eigentlich man sehr, sehr hart aussortieren muss. Bei den Chemnitz und Linux-Tagen ist es der Fall. In Augsburg war es jetzt auch der Fall, beispielsweise. Ähm, und das ist dann schon auch wieder so eine Sache. Also, der Bedarf ist da, sein Wissen zu teilen, sag ich mal. Und, obwohl wir eigentlich, natürlich, habt ihr schon recht, in einem Zeitalter sind, wo man super viel durch Blogs, Videos und so weiter auch nochmal machen kann. Wobei natürlich man sich das dann so dezentral wieder zusammensuchen muss. Von daher sind diese Veranstaltungen an manchen Punkten eventuell gar nicht so schlecht. Aber es sind alles so Gedanken, die ich mal reingeworfen habe, ne. Und vielleicht auch weiter gesponnen habe. Da habe ich den Gedanken mal aufgreifen und dann, äh, daraus gleich eine Frage für Hauke formulieren. Aber sicher. Die Keylogs bleiben weiterhin hybrid, oder? Ja, genau. Ach, das ist, das ist sehr schön. Die Vorträge werden überwiegend live gestreamt. Also, es gab ja irgendwie eine Ausnahme oder so, dass einer das noch nicht wollte. Aber üblicherweise ist es so. Und dann gibt es noch die Workshops, die werden nicht gestreamt. Die sind wirklich lokal vor Ort. Und das bleibt auch so. Genauso wie das zusammen frühstücken und das Grillen abends. Das gibt es auch bloß live vor Ort. Alles andere ist irgendwie Quatsch. Und ein paar andere Sachen natürlich auch. Wenn ich jetzt virtuell eine Bratwurst bei euch drauflegen könnte. Ah. Die Frage ist, wer muss die hinterher essen? Ja. Äh, das mache ich. Okay. Könnte man natürlich machen. Die legst du dann drauf. Dann wird die dann verpackt. Und dann in zwei bis drei Tagen kommt sie kalt bei dir an. Ja. Also könnte man machen. Wäre eine interessante Idee. Ich bin dafür ein neues Netzwerkprotokoll. Anstatt SSH minus X. Eventuell, ne? Dann sowas anderes. Ne? Irgendwie Grill SSH minus, keine Ahnung, ne? F oder sowas für Food. Und dann bekommt man durch sein Terminal so eine Bratwurst. Dann nicht schlecht. Geschickt. Das würde ich schon sehr feiern, bin ich ehrlich. Die wird dann 3D gedruckt direkt vor Ort. Hm. Das wird spitze. Hm. Lecker. Mit den richtigen Röstaromen. Ja. Auf den Fall. Die muss aber noch warm sein, ne? Das ist schon richtig. Ja. Ja, ja. Die Technik, ne? Die wird sich da vielleicht durchaus weiterentwickeln. Mhm. Werden wir sehen. Wird es wieder ein LPD vorher geben für den Keylooks? Ja, den gibt es auch wieder. Also wir machen wieder zweieinhalb Tage. Also der Donnerstag ist dann wieder Linux Presentation Day. Zwar nicht am offiziellen Termin, aber der ist dann bei uns mit Einsteigervorträgen. Und das ist dann auch gleichzeitig der Aufbautag. Also wo die Leute ihre Stände aufbauen können. Und ja, irgendwann nachmittags geht es dann los mit einsteigerkompatiblen Vorträgen. Also ich denke mal, der eine von uns hier wird wahrscheinlich was beisteuern. Wieder. Und ja, genau. Die Frage ist, ob wir drei wieder was beisteuern. War das nicht immer am LPD? Hatten wir das ... War der Tuxflash am Donnerstag? Nee, das war Kaffeekuchen Pinguin. Ist am LPD, glaube ich. Und der Tuxflash ist am Tag danach, meine ich. Ja, aber das machen wir ja auch zu dritt. Und wir müssen ja jetzt diesmal wieder einen drauflegen. Was machen wir dann jetzt als nächstes? Ich fühle mich voll im Zugzwang und so. Handstände. Dieser Leistungstruck. Stimmt. Ja, also letztes Jahr hatten wir am Donnerstag Kaffeekuchen Pinguin. Ich lese das gerade ab. Genau, das hatten wir. Ah, okay, okay, okay. Ja. Wir waren eigentlich insofern 14 bis 19 Uhr sogar durch. Eigentlich auch gar nicht so wenig Programm für eigentlich bloß einen halben Tag gedacht. Also es ist schon mehr als ein halber Tag geworden. Total. Ja, genau. Also das werden wir dann höchstwahrscheinlich ja auch wieder so machen. War ja eigentlich auch ein ganz nettes Format. Und ein Tuxflash, war das Freitag? Ist eine Idee, ne? Nee, ich glaube, das war Freitag, meine ich. War Freitag, ja. Oder Samstag. Also einer der beiden letzten Tage, genau. Ja. Ja. Je nachdem. Lassen wir uns mal überraschen, oder? Genau. Können wir uns ja noch aussuchen. Im Moment sind ja noch die Vortragsplätze frei. Mal sehen, wie schnell die voll werden. Ja, ich war so ein bisschen enttäuscht von den Chemnitzer, dass die irgendwie diesen Schritt zurück gemacht haben. Ich bin irgendwann total das Wochenende aufgeschrocken und hab mich erinnert, verdammt, heute sind ja Chemnitzer Linus Tage. Ich konnte ja jetzt kurzfristig dann doch nicht hinfahren. Wollt mir wenigstens den Stream angucken, klick aufs Programm und denk mir, hier stimmt was nicht. Es gefällt mir nicht. Was ist hier los? Warum ist das so? Wo kann ich mich beschweren? Ja, thematisch nicht oder, ähm, wie meinst du? Nee, es wurde ja nicht gestreamt. Ah, stimmt. Es wurde nicht gestreamt? Es wurde nicht gestreamt. Ich meine, es wurde gestreamt. Aber eventuell ist es auch versteckt gewesen, das weiß ich nicht. Ich meine, es haben Leute bei uns live zugeschaut. Aufgenommen haben sie es auf jeden Fall. Das weiß ich. Die haben ja auch meinen Beispiel aufgenommen. Ich meine, wir haben, aber, sagst du mich was? Auf der Seite steht drauf, es gibt Livestreams. Ja, ich meine auch, dass es damals was gab. Aber eventuell, das ist auch wieder die Sache. Manchmal sind die Sachen ziemlich versteckt. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Also generell, ja, das ist auch mal wieder ein Punkt der Zugänglichkeit von verschiedenen Sachen. Ne, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist, solche Sachen zu finden. Und, äh, auch, äh, Suchmaschinen-technisch werden auch immer mal wieder dann Seiten von älteren Jahren rausgekramt. Ne, das habe ich auch häufiger mal gehabt. Und das ist dann auch manchmal, äh, immer ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Ne. Ansonsten, der verändert hat was Cooles geschrieben, meine ich, oder? Aber ich, äh, muss gerade mal mein YouTube öffnen, dass ich das sehe. Linux-Veranstaltungstechnisch. Und der Lorenz versucht nach Kiel zu kommen, ja. Würden wir uns auf jeden Fall mit freuen, ne. Kann man sich mal so unterhalten. Mhm. Ja, damals Linux-Tag Berlin. Ja. Wobei Berlin ja auch wirklich, äh, quasi so das Abstellgleis war. Also, da, da ging es dann auch nicht mehr weiter, die, äh, die, die Fahrt. Ich, hieß das nicht sogar Gleis-Dreieck oder so, das, wo es am Ende war, dieser Veranstaltungskomplex zusammen mit der Republika oder so. Also, äh, wenn du das da gesehen hast, das war schon relativ traurig. Echt? Also, bei dem, äh, allerletzten Mal Linux-Tag in Berlin waren wir auch, also, äh, M23 als Projekt. Und das war wirklich, äh, es war schon irgendwie so ein bisschen deprimierend. Vor allem, da ich ja noch die wirklich, oder, äh, nicht die besten, aber die guten Jahre von dem Linux-Tag miterlebt habe. Also, 2003, 4, 5, sag ich jetzt mal, in Karlsruhe. Also, es, es war so voll. Also, man kann sich das gar nicht vorstellen. Also, wirklich Gedränge und, ähm, also, da war ich mit M23 am Debianstand, hatte so ein kleines Tischchen. Und, ähm, da wurden, äh, wurden CDs verteilt oder waren es schon DVDs? Also, die, die, die haben wir denn so da raus, äh, geschmissen und, äh, ja. Also, das war ganz anders und zum Ende Berlin da. Ich glaube an den, waren es noch zwei Tage oder drei sogar? Da hatte ich vielleicht so drei Gespräche oder so. Also, das, das war, war richtig die Premiere. Schade dann, ja, schade. Also, auch die, äh, dieser Niedergang und, äh, die richtig guten, also, die, die besten Jahre vom Linux-Tag habe ich ja gar nicht miterlebt. Das war so im 2000 rum, diese Dotcom-Blase, die es gab, wo alle dann irgendwie meinen, oh, super, investieren wir in, äh, Computerkrempel und IT und Internet und Linux und so. Und da hatten die so, so richtige Messeaufbauten. Die gab es da auch schon nicht mehr. Es war zwar schon ziemlich viel, aber weniger als zu, zu den, äh, besten Jahren. Aber, also, hm. Ja, ja, aber das ist, äh, also, wie gesagt, es ist so, wie es ist, äh, alle, äh, oder die Messen gehen alle den, in diese Richtung, haben wir ja auch, äh, also, ich am Montag hier miterlebt und, äh, Jean, du warst wann? Äh, also, wir waren beide auf der Hannover Messe bloß zu verschiedenen Tagen, als Besucher bloß und, ja, ja, ne, der Trend ist dort auch so zu spüren. Der Trend ist schon rückläufig. Es war auch, äh, äh, also, dieses Mal, oder ist ja immer noch die Hannover Messe, immer noch weniger los als jetzt beispielsweise letztes Jahr gewesen. Und, ähm, ich glaube, du hast ja erzählt, Tauke, das, äh, nimmt ja generell ab, jedenfalls bei der Hannover Messe auch mit all den Sachen. Jetzt merken wir auch nochmal, ähm, ich habe da auch mal mit ein paar Veranstaltern gestern geredet, also Standbesitzern, dass es schon merken, dass jetzt gerade so ein Industrieabschwung dann in Deutschland, äh, zu verzeichnen ist. Und ich muss sagen, ich fand's gestern informatiktechnisch, also IT-technisch relativ mau. Die haben zwar, ich glaube, drei, vier Hallen nur mit IT-Sachen gehabt, ähm, aber das, was dann, ja, wirklich eventuell für uns in gewisser Weise interessant gewesen war, ich glaube, konnte ich an einer Hand abzählen. Und ich glaube, ich habe die Hand auch nicht mal voll bekommen. Das ist auch ein bisschen schade in der Hinsicht natürlich, aber, äh, eventuell ist das, ja, verlagert sich halt das Ganze auch immer mehr ins Internet, ne, weil auch immer weniger Leute dann da hinkommen, weil es halt mehr Möglichkeiten gibt, sich zu informieren. Was gibt's denn? Und so weiter. Früher war das, glaube ich, bei Messen noch viel, viel, viel wichtiger, um einfach nur zu präsentieren und zu, äh, sich zu zeigen, hey, uns gibt's in Anführungszeichen. Ist, glaube ich, auch heutzutage noch so ein Ding. Ähm, aber ich habe jetzt gestern auch noch mal mit anderen gesprochen. Das wird vor allem auch dazu genutzt, diese Messen, tatsächlich ganz viele Verträge abzuschließen, Meetings zu halten und so weiter, weil alle sind an einem Ort. Und das ist, äh, glaube ich, auch eine ziemlich coole Sache. Und ich konnte das, also nicht das Verträge abschließen, aber so dieses, ähm, Meeting halten, Experten-Talks in gewisser Weise, das vermisse ich vielleicht auf den, auf unseren Linux-Veranstaltungen in der Hinsicht. Ich habe das ja mal probiert, bei den Tux-Tagen einzuführen, hat so, muss ich auch zugeben, so semi-gut geklappt, ne? Ähm, weil, ja, ne, dann, das kommt auch immer sehr darauf an, was für Leute dann mit dabei sind, wer sich dann so ein bisschen traut, was zu sagen und mit dem Thema einsteigen und so weiter. Das ist dann schon ein bisschen schwierig. Ich glaube, eventuell muss sowas auch noch mal größer moderiert werden. Ähm, was super funktioniert hat, muss, äh, wo ich auch sehr begeistert von war im Nachhinein, äh, ist beim Univention Summit, ne? Da gab es das auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben, ich meine, sie werden es immer noch haben, da gab es solche Expertenrunden, ne? Ich glaube, die gingen jeweils eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas und dann hat da jemand mit einem Thema gestartet, beziehungsweise so, ja, hey, Einführungsthema kurz und dann konnte man da selber sich dann austauschen und da gab es schon viel Wissenstransfer, sage ich mal, äh, der extrem wichtig war auch in der Hinsicht und ich glaube, eventuell müsste man sowas noch mal etwas größer wieder einführen und das, ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht kriegt man sowas dann mal wieder hin, aber jetzt so beispielsweise Tux-Tage-Technisch merkt man ja auch, wir haben dieses Mal nur einen Tag, das liegt auch unter anderem daran, ähm, dass doch bei mir es zeitlich sehr eng ist und, ähm, na, am Ende bleiben einfach auch relativ viele Sachen doch an einem selber hängen, auch wenn man viele Sachen, Gott sei Dank, durch das Team auch schon delegiert bekommt, ein paar Sachen muss man dann auch selber erledigen einfach, ähm, und, äh, da ist da viel an so ein bisschen die Zeit, aber langfristig könnte ich mir wieder sowas vorstellen, ne? Expertenrunde, Hauke, Micha und Jean. Ne, ich glaube, wir sind nur diejenigen, die darüber lavern, ne, und sich vielleicht für Experten halten und, äh, ganz viel Dünnpfiff manchmal dabei bekommt. Nein, ne, aber. Also, der Trick dabei ist ja, dass es sich gut anhört, nicht? Also, das muss ja nicht immer stimmen, aber die, also, Experte ist ja auch kein, äh, geschützter Begriff, also, von daher, es laufen hier sehr viele Experten, wo ich mir teilweise auch denke, naja, hm, nein. Das erinnert mich an diesen Ausschnitt vom CTF, ich glaube, das war CTF, keine Ahnung, ist auch komplett egal, aus welchen Fällen sie sehen, als kommt. Da wurde eine etwas korpulentere Person befragt, ja, was ist denn ihr Beruf? Und die so, ja, sie ist Ernährungsberaterin. Und, äh, das, äh, ne, hat dann so ein bisschen. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin Ernährungsberaterin. Genau, so hat sie es gesagt. Ich bin Fisnesstrainer. Genau, genau. Ne, sie hat das schon, schon, schon so formuliert. Das fand ich schon auch, ähm, ja, ein Kontrast, ne, sagen wir es einfach mal so. Experte von nix, ne, ganz klar. WDR war es, WDR, okay. Ich, ich würde mich zum Beispiel nicht als Experte, äh, selber titulieren. Ich bin eher so ein, so ein universal gelehrter, äh, Admin, der alles ein bisschen versteht, sagen wir es mal so. Also, ich bin so das, äh, Schweizer Taschenmesser, aber es wäre dann halt besser, doch richtiges Werkzeug zu benutzen. Ach. Die Frage ist, du hast ja dann nur ganz spezielle Werkzeuge für ein Ding. Und dann erst mal, wenn du was anderes machen möchtest, dann brauchst du da wieder ein ganz spezielles Werkzeug. Von daher ist so ein Allround-Schweizer Taschenmesser für viele Sachen vielleicht nicht optimal, aber absolut ausreichend. Und das Ding geht auch nicht so schnell kaputt, habe ich gehört, ja. Oder man ist so komplett verrückt wie einer hier aus dem Ort und kriegt ein ganzes Moped auseinandergebaut und zusammengesetzt mit einer Rohrpumpenzange. Das geht aber nur mit ostdeutschen Mopeds, weil es möglich ist, weil du kein Spezialwerkzeug brauchst. Das hat er vor vielen Jahren geschafft und es ist immer noch unglaublich, diese Leistung. Absolut. See it back to the roots. Schon so. Naja. Aber tatsächlich, wenn wir schon bei veranstaltungstechnisch da mit dabei sind, der verändert hat vorhin was Cooles geschrieben, was ich mir auch letztens mit dem Linux, mit der Erlanger Linux User Group schon so ein bisschen überlegt habe, gibt es eventuell bei solchen Events auch Tux-Kart-Turniere oder sowas. Tatsächlich gibt es die nicht so groß. Und eigentlich wollen wir das mal in Erlanger so ein bisschen einführen. So jeden Monat einmal irgendwo nochmal so ein Gaming-Abend, wo man dann entweder OpenRA spielt, 0 AD, super Tux-Kart oder so. Wobei, man muss auch ganz ehrlich gestehen, bei den Tux-Tagen haben wir auch immer so eine Gaming-Nacht gehabt. Das wurde so semi angenommen. Da haben sich eventuell auch ganz viele nicht getraut, dann da mitzuspielen. Ich glaube, mir wäre es eventuell ähnlich gegangen. Von daher mussten wir auch wirklich dann bei solchen Turnieren auch Leute suchen, die dann da mitspielen. Und wir haben das tatsächlich zuvor in den Foren auch angekündigt, in den Spielforen. Und da war es, das war sehr, sehr mau, was da leider zurückkam. Was uns auch so ein bisschen, also wir haben ja schon verschiedene Initiativen ergriffen in den letzten Jahren. Die Sache ist aber, ganz viel ausprobieren und das eben, was nicht so gut funktioniert hat, dann halt auch wieder so ein bisschen wegrationalisieren. Und dafür hat man wieder Platz für neue Sachen, die eventuell dann besser funktionieren. Von daher immer ein bisschen schade, aber ich will das mal so ein bisschen etablieren in Erlanger. Das war, das Lokal mal machen und vielleicht auch irgendwie solche Gaming-Abende über das Forum, Linux-Gleits-Forum, könnte auch eine Idee sein, dass, da könnte ich mir was vorstellen. Könnt ihr ja mal reinschreiben in die Kommentare, je nachdem, wo ihr kommentieren könnt gerade. Ich glaube, das könnte ganz cool sein. Weil es gibt auch immer mal wieder solche Gruppen, die dann gemeinsam Open R.A. beispielsweise spielen oder andere Sachen. Und das ist dann schon, macht dann schon immer Spaß. So die ein oder andere legendäre Gruppe kennt man da, garantiert. Habe ich gehört. Ja. Für den Unwissenden, da sitzen auch gerade Teilnehmer dieser Gruppe hier im Podcast. Habe ich gehört. Ja, ja. Immer dieses Hörensagen, es ist unglaublich. So wie Flüsterpost, ne. Und am Ende kommt raus, die spielen Ballerspiele wie Call of Duty. Killerspiele. Killerspiele, genau. Killerspiele sind es. Ja. Ja, ich glaube, da sind wir da veranstaltungstechnisch ziemlich durch. Oder habt ihr da noch was? Ein paar Kommentare, ne. Also von früher, ne. Also früher hat der NDR sogar live von der CeBIT berichtet. Stimmt. So was gab es früher. Lidiare ist Fernsehen. Wo es mehrere Stunden am Tag, glaube ich, sogar live Berichte von der CeBIT gab. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, so was. Und damals war es wirklich noch irgendwie interessanter. Da gab es dann irgendwie noch ein paar neue, also wirklich Sachen, die da das erste Mal vorgestellt wurden. Also sowas gibt es ja auch schon ewig nicht mehr. Also jedenfalls nicht in Deutschland. Jetzt gibt es diese, CES gibt es, glaube ich, noch. Diese Consumer Electronics Show oder so in Las Vegas. Oder Las Vegas? CES, ja. Also da gibt es noch wirklich Sachen, die es vorher so nicht gegeben hat. Also das sparen die sich so ein bisschen dafür auf und präsentieren, dass da wirklich, aber sowas in Deutschland gibt es schon lange nicht mehr. Ja, gut. Aber ich glaube, damit haben wir es auch wirklich. Können wir natürlich noch ewig so weitermachen, aber ich glaube, so wirklich Expertenwissen können wir da jetzt auch nicht mehr beitragen. Ich denke, das Ding ist durch, ne? Aber so als Fix-Idee irgendeinen Technik-Influencer dann doch mal irgendwie von den Keylooks live berichten lassen. Das wäre vielleicht mal so eine Maßnahme. Vorschläge? Ja. Hol mal hier. Erzähl mal. Ne, Vorschläge, ja. Keine Ahnung. Ach so, ich dachte, du hast das schon immer im Blick. Ne. Keine Ahnung. Naja. Muss ja auch ein bisschen der Veranstalter entscheiden, wen er sich da quasi als repräsentatives Pferd reinholt. Ja, also die wirklich wichtigen Leute, die sind dann wiederum viel zu wichtig für sowas. Das ist so das Problem. Bzw. Kosten und Schweinegelder. Die unwichtigen, die sind ja eh schon da. Ja. Hi. Die kommen eigentlich nur wegen dem Grillen. Ja, genau. Und dem Kaffee und dem Kuchen. Ja, genau. Gibt es die Wurst. Ja, so ist es halt, ne? Ja. Ja. Ja, gut. Gut, also falls ihr irgendwie da jemanden kennt, der da hin möchte und vielleicht thematisch so in der Richtung ist, könnte man da ja was arrangieren. Aber naja, mal gucken, ansonsten müssen wir das wieder selbst machen. Ih, ja, nee, arbeiten mag ich nicht so. Also ich muss sagen, ich habe ich mal ausprobiert, ist nix für mich. Nee. Also das wird auch sehr schnell lästig. Und dann reicht das schon. Das stimmt. Obwohl, das ist auch schon lange her, da hatte ich so die Idee, ich laufe wirklich von Stand zu Stand bei den Kieler Linux Tagen und mache dann Interviews. Und die Zeit reichte denn exakt für eins. Also ich habe Monika von Kubuntu interviewt zu Kubuntu. Da hat sie das denn vorgestellt so ein bisschen. Aber dann bin ich nicht zu mehr gekommen und der Ton war auch extrem schlecht. Also so ohne externes Mikrofon oder so ist das natürlich ziemlich mystisch. Und vor allem in einem Raum, der von sich aus her schon sehr gut heilt. Und wenn da mehrere Leute in diesem Ausstellerbereich sind, dann versteht man nicht so wirklich. Ich könnte jetzt nochmal ausprobieren, ob ich mit RN Noise, das ist so ein neuronales Netzwerk, was sehr gut Umgebungsgeräusche rausfiltern kann, ob man da vielleicht noch ein bisschen was retten kann. Also ja. Ich muss sagen, tatsächlich habe ich mir genau das überlegt, ob ich das bei den Keminitzer Linux Tagen ein bisschen größer aufziehe. Ob ich da eventuell jemanden mitnehme, so Tonmann, sage ich mal. Und ich dann die einzelnen Stände interviewe, habe ich mir überlegt. Habe dann leider nicht die, ja, es war relativ kurzfristig. Die Sache ist leider, ich habe ja auch schon vor ein paar Jahren auch mal einen Vlog gemacht zu den ganzen Sachen. Also ein Vlog zu den Keylooks, zu den Chemnitzer Linux Tagen und so weiter, wo ich die Leute so ein bisschen mitgenommen habe. Und was es so gab, was so meine Erlebnisse daraus sind, meine Gedanken und so. Die Sache ist aber, die Dinger wurden unheimlich schlecht angeschaut, sage ich mal. Beziehungsweise es gab nur eine Handvoll von Leuten, die sich interessiert haben. Und dann ist es ein bisschen, den Aufwand, ist es schade eigentlich um den Aufwand. Von daher habe ich das dann wieder so ein bisschen gelassen. Und ich habe das Gefühl, dass es das Ähnliche sein könnte. Ich weiß nicht, vielleicht kommen auch solche Sachen über, nur über die Dauer, sage ich mal, dann zu tragen, ganz klar. Aber von daher ist da auch die Hürde, glaube ich, sowas mal zu machen, relativ groß. Ich meine, Tuxedo wollte da mal was machen oder hat da auch mal was gemacht? Die haben jetzt auch einen YouTube-Kanal, den sie, glaube ich, immer mal wieder beschicken. Meine ich jedenfalls. Das hat der Skabla bei mir schon im Chat geschrieben. Von der CLT haben die ein paar Videos gemacht. Da haben wir sogar noch vorher, Entschuldige, wenn ich dir jetzt mal kurz übers Wort fahre, aber Hauke, kannst du dich noch daran erinnern, dass ich dir mal ein Video geschickt habe von dem, von der interviewten Debian stand, so drei, vier Tage nach Debian. Was war das letzte große Fiasko mit dem Nvidia? Das mit Nvidia. Ja, welches Point-Release war das? Ich weiß es gar nicht mehr, aber wirklich drei Tage später wird der sein eigenes Video gedacht haben, verdammt, was habe ich da für ein Müll erzählt? Ja, das war Timing-mäßig irgendwie ein bisschen blöd gelaufen, aber naja, so ist es denn manchmal, ne? Ja. Aber solche Sachen werden natürlich, also fände ich schon interessant, allein auch so ein bisschen aus dokumentarischen Gründen, sodass man in 10, 20 Jahren sich das nochmal anguckt und denkt, naja, damals, ne? Also sowas finde ich auch interessant, also wenn ich mir jetzt so alte Dinge nochmal angucke, von Cebit Anno dazu, also finde ich interessant, also es muss nicht immer das Aktuellste sein und solche Sachen ist vielleicht ganz gut, wenn man das einfach mal aufgezeichnet hat, wenn man es nicht getan hat, ist es ja quasi weg und dann kriegt man es auch nie wieder zurück. Ja, aber muss irgendjemand machen und ja, als ich mir das so vorgenommen hatte, hatte ich denn nachher doch nicht wirklich die Zeit dafür und, ähm... Vielleicht, vielleicht machen wir es ja mal bei den Keylooks, einfach mal so Testballon-mäßig, ne? Ja. So, einmal wollte ich ja diesen Support-Dings machen, so, ne? Kann jeder seinen Rechner mitbringen und dann supporten wir euch, bis da alles läuft. Und, ähm, genau, das und eventuell hier dieses Interview. Ich glaube, das interviewen mal, ich glaube, das wäre ganz cool. Ja, der Niklas hat doch geschrieben bei mir, sowas wie ein Live-Special-Vlog als Vorschlag für mich. Ach, nee. Weil, da hätte ich Angst, dass man die kahlen Stellen bei mir auf dem Kopf sieht. Da bin ich zu eitel für, das ist fast beiseite. Da habe ich einfach nicht die Technik und die Geduld vermutlich. Weil ich das Wochenende davor eh auf einer anderen Veranstaltung, äh, mit als Helfer bin und quasi eh quasi zur Haustür reingesprungen komme und dann wieder los muss. Und ich, ich bin da ein bisschen, äh, berastlich, was Organisation, ähm, angeht. Ich würde garantiert die Hälfte vergessen. Mal gucken, vielleicht so, so, so testen wir sie mit dem Handy irgendwie. Ach, mal gucken. Es gibt tatsächlich viel AI, die ja viel rausfiltert mittlerweile auch. Aber ich glaube, so ein kleines Mikro, ich, muss ich mir sowieso mal besorgen und dann wird das schon alles wieder. Hatte ich mal, ich finde es aber nicht mehr. Aber gut, ähm, jedenfalls, äh, das, äh, dazu jeweils. Ähm, ich hätte noch so ein Thema mit Präsentationen erstellen, aber die Frage erstmal an euch, habt ihr da noch was, was ihr heute unbedingt loswerden wollt oder was euch sehr interessiert? Ich würde dir den Vortritt lassen, Hauke. Ähm, ja, also dieses Mal, also ich hab vorhin mich noch mal reingesetzt und noch mal geguckt, was da so war, auch, äh, so ein bisschen Dinge, die an mir vorbeigegangen sind, äh, also ich, äh, guck mir verschiedene, also Linux Linux und Linux CH so sporadisch mal an, oder hab ich noch mal durchgeblättert, war da was Interessantes bei. Und ich fand vom letzten Mal zu diesem Mal war eigentlich erstaunlich viel mit dabei. Ich hab mich nicht richtig tief mit, äh, äh, größtenteils beschäftigt. Also das eine, was, äh, die Frage hab ich schon ein anderes Mal vorher, äh, gestellt. War natürlich ein anderer Tag. Aber wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Ubuntu Release Day? Äh, vielleicht auch, aber nein, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Der 25. April, äh, ja, Patient ist orientiert, aber nein, ich weiß nicht, was heute für ein spezieller Tag ist. Heute, ähm, also hat auch nicht unbedingt was mit Linux zu tun, aber heute ist der Welt-Pinguin-Tag. Ah, viel wichtiger. Viel wichtiger, denn dort, äh, beginnt die jährliche Wanderung der Pinguine. Gut zu wissen. Wo wandern die hin? Äh, die, die wandern, äh, irgendwie von A nach B, also von ihren, äh, Moment, schau ich das hier. Äh, äh, also von ihren Brutgebieten zurück, äh, zur Küste oder so. Kann auch genau umgekehrt sein. Ja. Genau, also die wandern da durch die Gegend. Ja, geil, dann hier richtig schön Pinguin-Party. Dann müssen wir heute alle nochmal Supertalks 2 spielen, weil da laufen wir nämlich auch immer so hier in der Gegend rum, sage ich mal. Oder Pingos spielen. Pingos ist auch toll, ne, wie Lemminge, glaube ich, war das, ist das, ne? Genau, ja. Ne, ja. Ähm, kann man auch viel Zeit, äh, ich selber hab das nie gespielt, aber ein Kumpel von mir damals, der hat das durchgesuchtet ohne Ende. Krass, ja. Äh, so. Ne, aber, äh, Happy Pinguin Day und tatsächlich vielleicht nochmal kurz, äh, Ubuntu 24.4 ist heute erschienen und das Image hat 6 Gigabyte. Ja, das ist unglaublich. Krass. Aber, ähm, und dazu werden wir ja tatsächlich morgen nochmal, äh, viel Content haben. Ähm, und zwar Thorsten Franz ist mit dabei im Livestream. Morgen ab 19.30 aus dem Zweiser. Und ich glaub, das wird ziemlich cool. Da freuen wir uns schon alle drauf. Wolltest du ihn bitte mal vor mir fragen, ob die wirklich aus Angst vor, äh, Äh, XZ-Utils das ISO nicht komprimiert haben? Oder, warum 6 Gigabyte? Also, ich versteh's nicht. Ich frag ihn mal, ja. Aber es wird auch echt immer größer, ne? Also, auch Linux Mint wird von Mal zu Mal größer. Ich weiß nicht, warum. Ähm, das, äh, naja. Ist so eine Sache. Aber gut. Aber an sich ist das ja so ein bisschen unglücklich gewählt. Also, wenn du jetzt ISO quasi noch als, ähm, Austauschformat verwenden möchtest, um damit den DVD zu brennen, dann passt das ja nicht mehr auf so eine Single-Layer-DVD. Da brauchst du schon Double-Layer. Und, äh, diese Double-Layer-Brenner, die waren, äh, zu, zu den Zeiten, wo DVDs gebräuchlich waren, äh, eigentlich mehr oder weniger unbekannt. Also, die Medien waren relativ teuer, äh, und, äh, die Brenner, naja, die guten, die wurden irgendwann auch günstiger. Aber eigentlich benutzt hat das wirklich keiner. Also, von, von daher stopft man das ja eher in, äh, direkt in eine virtuelle Maschine rein. Oder packt das auf einen USB-Stick. Aber ich meine jetzt, ja, weiß ich nicht, finde ich irgendwie ein bisschen komisch, dass das so viel ist. Vor allem, warum? Also, ich meine, äh, was ist denn da jetzt so viel mit dabei? Ist das nett, was so groß geworden ist? Was? Ich hab keine Ahnung, ne? Also, ähm, naja, egal. Aber da, äh, da gibt's auf jeden Fall morgen, glaub ich, noch mal ordentlich Content. Da wollen wir gar nicht so viel vorwegnehmen. Weil ich glaube, morgen Abend werdet ihr so oder so tot sein mit Content. Ich kann ja schon mal so viel verraten. Ich hab mit Michel Franken auch noch mal die Woche mich ausgetauscht. Und, ja, da wird's auch Ubuntu-Content geben. Also, morgen gibt's geballt Ubuntu für alle. Das ist, äh, da freuen wir uns auf jeden Fall schon. Da freuen wir uns. Ja, ansonsten, äh, ich hätte noch eine Sache. Außer ihr seid, ihr habt da noch was. Und zwar, ja. Also, ich hätte insofern noch eine ganze Menge. Aber wenn wir das, äh, also, ich fand, das waren sehr viele interessante Sachen bei. Aber das müssen wir ja nicht alles machen. Denn wenn wir die jetzt durchnehmen, sind wir so um zwölf fertig. Ja, genau, bei mir genauso. Ähm, absolut. Aber, aber dann, äh, was hast du noch, was hast du noch so aufgeschrieben? Weil meins kann man auch wann anders machen. Also, das ist jetzt nichts für mich. Oder wir können ja, äh, das andersrum machen. Micha, hast du hier doch irgendwie was jetzt? Ja, genau. Ich hätte vielleicht ein interessantes Gedankenspiel. Das hat jetzt nichts direkt mit Linux und Open Source per se zu tun. Es bietet mal wieder Chancen und Möglichkeiten oder zeigt uns mal, wie die Welt doch tickt. In den letzten Wochen, ähm, wäre so ein bisschen das andere Lager mit den, ähm, äh, äh, Hausbelüftungs, ähm, Vorrichtungen, äh, äh, beobachtet hat. Ist vielleicht aufgefallen, ähm, dass da ein paar Sachen gewaltig schieflaufen. Also, es gibt jetzt, äh, Werbung auf Betriebssystemebene, wo ich mir denke, cool. Nicht? Und, ähm, mit dem... Nein, sag bloß. Gibt's das jetzt bei dem großen W? Ja. Naja, die, äh, hausbelüftungs, äh... Ja, ja, hausbelüftungs... Die packen jetzt Werbung in das Betriebssystem selber rein. Also, so irgendwie... Ja, im Startmenü. Es gab im Startmenü schon. Nein, das trauen sie sich nicht. Als ob. Ja, das war aber jetzt nicht das, was so für mich den wirklichen Startpunkt gegeben hat. Also, das auch. Aber mit dem nächsten großen geplanten Windows-11-Update werden einige, zwar ältere Prozessoren, die den Pop-Count-Befehlssatz nicht mehr haben, einfach ausgesperrt. Also, hast du ein Windows-11 auf so einem Prozessor installiert, der diesen Befehlssatz nicht hat, ähm, und das Update machst, geht dein PC nicht mehr. Willst du es darauf installieren, geht dein PC nicht mehr. Also, ähm, das, das lässt mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, ob ihr beide mal, ähm, Cyberpunk 2077 gespielt habt, als, und wenn ja, dann auch als, ähm, Konzern, äh, Kind. Das, das lässt mich so ein bisschen in so eine leichte Dystopie abtauchen, dass irgendwelche Konzerne sagen können, was geht und was nicht. Finde ich mehr als bedenklich. Ich, ich wäre mal ganz fies und würde sagen, das macht Microsoft ja schon die ganze Zeit teilweise, ähm, aber ja, habe ich auch mitbekommen, ne, dass hier, ich glaube auch Windows 10 betrifft das Update auch, meine ich, ähm, dass dann ganz viele Prozessoren nicht mehr funktionieren auf Windows 10 oder Windows 11 oder jedenfalls da irgendwas sicherheitstechnisch so ist. Jedenfalls, ähm, ich bin ja tatsächlich nebenbei noch Werkstudent bei Siemens, ähm, für meine Masterarbeit und so weiter und da haben die gerade auch riesen Problemen mit ganz vielen Rechnern, die dann rumzubekommen, ne, das ist schon, äh, oder sagen die ja, wir müssen jetzt manche Rechner wegschmeißen, in Anführungszeichen, weil wir sie so update-technisch nicht mehr versorgen können. Und das ist natürlich eine schwierige Sache, ne. Geil, kann man jemand meinen Arbeitsrechner auf Windows 11 upgraden, bitte? Ja, total, ne, also ich glaube, ich würde mich auch sehr darüber freuen, ähm, da noch beschränkter drin zu sein und endlich mal auch Werbung im Startmenü haben, ne, und da muss ich sagen, können wir leider auf Linux nicht mithalten, ne, so, so stark sind wir nicht, ne. Also, das tut uns leid. Aber wie du meintest, also, äh, das gibt es ja eigentlich schon seit eh und je, dass, ähm, Hersteller von, äh, proprietärer Software das schon immer so getrieben haben, vor allem, äh, diejenigen, die auch gleich noch die Hardware mitverkaufen, die haben ja ein, äh, ein Interesse daran, dass man denn, äh, hin und wieder, am besten auch sehr schnell hintereinander neue Hardware kauft. Also von daher, äh, ja, genau. Oder, äh, also wie, wie hier Eskabler schreibt, äh, ist nicht nachhaltig, ne, äh, daher liebe ich Linux. Also diese Nicht-Nachhaltigkeit gibt es ja auch bei anderen Sachen, hab, die Geschichte hab ich euch schon mal erzählt, aber, äh, natürlich noch nicht hier so. Ähm, Stromzähler werden alle, ähm, acht Jahre ausgewechselt. Also die, äh, diese neuen smarten Dinger, die sind überhaupt nicht smart, aber diese Bauteile, die da drin sind, die elektronischen Bauteile, die, äh, altern, die Kondensatoren, die da drin sind, darum hat der Gesetzgeber festgelegt, alle, alle acht Jahre schmeißt er das Zeugs weg. Und da kann man sich natürlich überlegen, allein wie viele von diesen smarten, äh, äh, also diesen, äh, eigentlich, die sind ja nicht smart, diese scheiß, kackdummen Dinger da, äh, diese, äh, 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 bei den Haushalten, die es in Deutschland gibt, pro Jahr ausgewechselt werden. Und was da für ein riesiger Haufen Elektronikabfall entsteht, der im besten Fall natürlich zum Teil wieder, äh, recycelt wird. Aber dieses ganze Zeug ja wieder auseinander zu kloppen, um da ein paar, äh, Metalle rauszuziehen. Und, also das meiste wird, ich denke mal, eher thermisch verwertet. Ein Teil wird vielleicht noch recycelt. Aber das ist, ist die riesige Schweinerei. Und diese alten, äh, wie heißen die, Ferris, Ferraris, äh, Dinger mit der Drehscheibe, die haben, äh, also, äh, über 80 Jahre können diese Dinger betrieben werden. Die lassen auch in der Präzision nicht nach. Also das ist bei uns so dieser Nicht-Nachhaltigkeitsgedanke. Äh, es, es kommt irgendwie nicht drauf an. Und es ist irgendwie neu und smart, klatscht diese, äh, diese Label drauf. Und schon, äh, ja, wird alle x Jahre dann irgendwas weggeworfen, obwohl das eigentlich überhaupt nicht sein müsste. Also ich finde, finde das echt, echt ziemlich übel. Gerade unter dem Thema Nachhaltigkeit. War das nicht mal was, was wir irgendwie angepeilt haben? Und dann geht das nicht. Also dass Microsoft nicht nachhaltig ist, das ist klar, das war nicht, das war niemals deren Ziel. Äh, darum geht's ja auch nicht. Ähm, ja. Also die wollen Dinge verkaufen. Vielleicht auch ein bisschen eigene Hardware haben sie. Haben sie zwar nicht so viel, aber ich denke mal, die verdienen auch ganz gut durch irgendwelche Deals mit, äh, ja, Hardware-Herstellern. Also von daher, ja. Ja, das ist schon. Nachhaltig ist das Null. Ja. Ja. Schwierig. Und ich finde, da kann man eigentlich bei Linux auch nochmal ein großes Argument sehen, ne, ganz klar, ne. Also die Nachhaltigkeit. Die Systeme laufen viel länger mit einem Linux-System oder können noch viel, viel länger laufen. Ähm, einfach weil Linux viel mehr erlaubt, ne. Ich würde sogar noch, ja, sagen, äh, unabhängiger. Nicht nur länger, sondern unabhängiger. Also ich muss das nochmal. Das kommt dazu. Ich muss da nochmal mit dem Hammer auf den Nagelkopf hauen. Also, gerade so beim Anfang von, äh, Cyberpunk 2077, wenn man dort erwischt wird, dass man spioniert hat für seinen eigenen Konzern und der Konzern sagt, du bist gefeuert. Oh, du hast ja ganz viele Bauteile von uns drin. Naja, die sind gleich, äh, äh, deaktiviert und mit einmal sieht er nichts mehr, äh, fällt fast um und so fühle ich mich so ein bisschen bei Microsoft, weil es so ein Update so mittendrin ist, dass jede Version immer mehr, äh, gefressen hat, um es mal so zu sagen. Das war ja klar, aber so mittendrin in der Laufzeit finde ich schon, ähm, das ist so ein Abstecken von Grenzen mal wieder, was wir machen. Das, ähm, darf eigentlich nicht ohne einen Shitstorm enden. Also ich möchte hier zu nichts aufrufen, aber... Naja, ja, ja. Ja. Ähm, also ich würde mal sagen, bei der Klientel, die sind ja eigentlich jahrzehntelang darauf trainiert worden, äh, eigentlich jeden Mist hinzunehmen, äh, grundsätzliche Fähigkeiten, äh, wurden ja im Laufe der Zeit immer weiter abtrainiert. Also als, äh, Mahnendes Beispiel finde ich immer noch diesen Netzwerkdialog, ähm, den gibt es vielleicht heute nicht mehr. Ich glaube, zu Windows-7-Zeiten gab es dieses Dings. Da, äh, steht bei... Also du richtest ein Netzwerk ein und das Ding fragt dich, wo befindest du dich? Und dann gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich befinde mich zu Hause, ich bin, äh, befinde mich in der Firma oder am Flughafen, irgendwie sowas. Und, äh, das, äh, ist das. Und, äh, als ich das gesehen habe, habe ich da irgendwie so ein bisschen sprachlos davor gestanden, weil ich nicht wusste, was muss ich jetzt nehmen, damit ich mein, äh, das Gewünschte, was ich ja insofern verstanden habe, dann rausbekomme. Also diese Transferleistung in die Richtung war mir nicht möglich, ähm, im Gegensatz zu einem, was war denn, Werkstudent oder, äh, in der Firma, der wusste es auch nicht. Also, äh, für ihn, ich habe ihn gefragt, äh, wie ist denn das? Waren jetzt Firewall, äh, äh, Firewall, was ist das überhaupt? Also er hatte keine Ahnung, was das ist, bloß ich nehme immer das da. Und diese Taktik hat Microsoft, äh, jahrzehntelang, ja, betrieben. Also dieses Grundlagenwissen mit irgendwelchem mehr oder weniger Geschwurbel zu überdecken, sodass die Leute wirklich nicht mehr wissen, was sie tun. Und mit dieser Klientel, ähm, der kriegst du ja auch diese Änderungen reingedrückt. Der, äh, die, äh, denken dann, ja gut, dann muss ich mein Rechner halt wechseln. Der geht ja nicht mehr, der ist ja quasi irgendwie kaputt. Ich brauche was Neues. Und die werden das überwiegend ohne Klagen mitmachen, werden ein neues Gerät kaufen und, äh, die anderen, die thematisch vielleicht ein bisschen mehr drin sind, finden vielleicht irgendwie noch so einen Weg, um das Store noch weiter zu betreiben. Ja, also, äh, ja. Also eine relativ unkritische Klientel, denke ich mal, ist es. Natürlich wieder mit ein paar Ausnahmen, aber in der Masse ist es das so. Und bei Apple ist es genauso. Also das sind so die unkritischsten Leute im Gegensatz zu den Produkten, die sie kaufen. Den kannst du, äh, mehr oder weniger alles verkaufen, alles wegnehmen und überhaupt, also, ja. Also es ist, es ist, es ist, oder eben auch wie, wie hier steht mit den Smartphones. Das ist genau dasselbe. Die Hardware ist ja nicht kaputt oder sonst was. Bloß der Hersteller hat kein Interesse, mehr Updates zu liefern. Resultat ist, du musst ein neues Gerät haben. Und das ist, äh, eins der grundsätzlichen Probleme dabei. Also Nachhaltigkeit haben wir nicht. Total schade. Ja. Ja. Aber gut, das, äh, wird eben ganz klassisch das Monopole ausgenutzt, ne. Und solange es da keine Regulierung gibt von oben, wird es wahrscheinlich auch genauso sein. Ähm, und, ja. Ist, äh, ja, genauso wie mit anderen Bereichen, Handy und so weiter, ne. Nach zwei Jahren gibt es für ganz viele Sachen keine Updates mehr. Da musst, bist du eigentlich gezwungen, äh, neues zu kaufen. Und das ist schon ziemlich schade. Beispielsweise habe ich jetzt gerade einen Libre Workspace Kunden, äh, die haben, äh, teilweise noch Android 6 Geräte mit einem Handy, was schon, was schon Ewigkeiten gibt. In der Fall, es gibt schon über 10 Jahre. Und das funktioniert noch super. Jetzt haben wir da aber das Problem, dass, äh, die DAF-X5-App zu, für die, für die Nextcloud, ähm, da dann langsam Schwierigkeiten macht, ne. Und das ist dann schade. Eigentlich, das Handy funktioniert noch, die Software, also die Hardware funktioniert noch. Ähm, warum es dann auch keine Updates oder keine Sicherheitsupdates und vor allem den Updates dann, ne, gibt, äh, das ist eigentlich eine, ja, eine ziemlich schwierige Frage. Und das, muss ich sagen, ist vor allem beim Handymarkt, ja, so absolut außer Kontrolle geraten, wenn man so möchte, in den letzten Jahren, ähm, oder letzten 10 Jahren, dass es da ja eigentlich Anarchie gab. Und eigentlich, man wollte nur noch Handys verkaufen. Und was mit den alten Dingern passiert, da, das ist dann egal, ne. Man will ja neue verkaufen. Und da gehen jetzt erst die, manche Unternehmen gehen dann jetzt so ein bisschen dahin. Ich glaube, Google, die bieten mittlerweile 8 Jahre Sicherheitsupdates an. Und ich meine, Apple müsste da mittlerweile auch, äh, in die Richtung gehen. Und andere Unternehmen, Gott sei Dank, auch Fairphone, glaube ich, macht das noch ziemlich, ziemlich gut. Und viele andere auch noch. Aber, ähm, das, äh, gibt's, äh, gibt's auch super viele Billighersteller, wo du gezwungen bist, dann eigentlich nach zwei Jahren, äh, ein neues Handy zu verwenden. Und das ist total schade bei Hardware, die noch total gut funktioniert. Also, ähm, beispielsweise, ich glaube, mein Vater hat damals ein Galaxy S1 sich gekauft. Und, äh, das funktioniert heute immer noch, glaube ich, ne. Also, aber gut, du kannst halt nicht mehr groß verwenden. Aber, ähm, das ist schon eine große Sache. Und bei Rechnern, die kannst du eigentlich locker 10 Jahre verwenden, wenn nicht sogar 15 Jahre. Und vielleicht manche, ja, 20 wird, glaube ich, schwierig. Das wären jetzt Rechner von 2004. Hm. Aber Rechner von 2009 oder sowas, die hatten wir immer mal wieder noch im Support. Und das geht dann schon ganz gut. Und, ähm, das, äh, ja, da gibt's auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Ähm, wobei, ich denke mal, da die Community oder die Nutzer selber ja dann weniger als Problem sind. Aber, krass, dass da, ähm, Windows mal wieder seine Monopolstellung ausnutzen. Ich glaube, langfristig gibt's ja immer mehr Leute, die das auch so ein bisschen nervt. Und, gibt's auch noch mal so... Ja, gerne. Ich wollte das gerade aufgreifen. Ich, 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 ich nehme mal den Ball an und sage, es ist ja nicht umsonst so, dass, äh, Linux inzwischen einen Hochanteil von knapp vier oder sogar über vier Prozent hat. Das, äh, kommt ja nicht von ungemein. Also, erstens ist es ein gutes Betriebssystem. Das, äh, stellen wir mal außer Frage. Aber, äh, da wären auch der ein oder andere vergraulte ehemalige Windows und oder, ähm, wie der Quatsch mit dem Apfel da heißt. Ähm, ich verwechsel immer die Betriebssysteme da. Ähm, halt sein. Also, das kommt nicht von ungefähr. Ich bin mir jetzt gerade noch nicht sicher. Sind wir über vier Prozent? Ich glaube sogar über vier Prozent. Ich glaube über vier Prozent jetzt. Genau, genau. Und vielleicht auch wieder ein bisschen drunter. Aber jedenfalls, wir haben die Vier-Prozent-Marke global geknackt, ne? Das ist schon ziemlich cool. Wobei sich diese vier Prozent ja bloß auf, äh, Desktop-Systeme beziehen. Total, ja. Ansonsten, ne? Rechenzeug sind wir bei 80 Prozent. Also, hab ich irgendwann mal, ich glaube, Google meinte das. 80 Prozent Marktanteil. Damit kann man sich, kann man sich irgendwie zu recht, äh, zufrieden geben, ne? Also, bei allem, was irgendwie rechnet. Vom Embedded-Dingsbums bis zu, bis zum riesigen Rechenzentrum. Und stimmt, äh, da waren das Markus und Ingo? Hab ich ja auch gesehen. Die, als Gegen, ähm, Entwurf haben wir sie noch mal den Raspberry Pi, äh, dagegen gestellt. Also, äh, der Einser ist vor, wann ist er rausgekommen? Vor zehn, zehn Jahren, sag ich mal, äh, über zehn Jahren. Wahrscheinlich. Und die machen immer noch, ähm, dafür, also, äh, basiert auf Debian, das Betriebssystem, das Raspberry Pi OS, was sie da zusammenstellen. Und, äh, die machen das immer noch, dass es auf der ersten Version funktioniert. Nach der langen Zeit. Das, also, diese Version 1 von dem Raspberry Pi, die verkaufen sie ja schon ewig nicht mehr. Aber die kümmern sich immer noch drum. Also, das ist wirklich Nachhaltigkeit. Geht auch. Und dem, äh, geht es auch nicht, äh, nicht schlecht, denke ich mal. Ja. Gut. Ich glaub, wir wären schon langsam wieder durch, oder? Was meint ihr? Wenn ihr noch Anschlusstermine habt. Einer von uns hat was vor. Wir können ja nicht schnell Themenrunde noch hinten ranschmeißen, oder was weiß ich. Ähm, dann würde ich einmal kurz reinschmeißen. Ich hab mal wieder eine Runde mit KI-Krempel ausprobiert. Ähm, da kommt ein Video, nicht nächste, übernächste Woche dazu. Äh, das ist von, äh, Feind, mit P-H-I-N-D, also, wie, wie finden bloß anders, gibt es auch Feind.com, eine Suchmaschine, die auch so KI-Tools einbindet, und wo man so Fragen stellen kann, und aus verschiedenen Quellen stellt die denn, äh, Zusammenfassungen zusammen, aber man kann die Quellen auch nochmal einzeln überprüfen, von daher ist es eine ganz nette Sache. Und die haben ein Sprachmodell freigegeben, auf Hacking Face, das ist diese große Community-Seite, wo sich die, ähm, KI-Community austauscht und da den eigens trainierte Modelle hochlädt, und da haben sie eins hochgeladen, was programmieren kann. Ähm, das habe ich mal ausprobiert, das funktioniert, äh, erstaunlich gut. Ähm, da habe ich dann zwei, zwei Beispiele, wo ich mir mit, ähm, also wo ich Quellcode in C++ haben wollte, unter anderem, ähm, mit der SDL-Bibliothek, das ist, äh, wer DirectX kennt, ist sowas ähnliches, bloß plattformübergreifend, da kann man, ähm, Grafiken mitmalen, kann, äh, auch 3D-Sachen mitmachen, Sounds abspielen und so weiter. Und da habe ich dann eher so ein kleineres Demo, äh, anfragen lassen, äh, also da habe ich gesagt, hier, mach mir, ähm, so eine SDL-Anwendung mit C++ mit 16 verschiedenen farbigen Kästchen, das hat funktioniert bis auf, äh, den Punkt 16, es war, also es hat 17 generiert, okay, gut, plus minus 1, okay, geschenkt, ähm, und, ähm, aber ansonsten hat das funktioniert mit einer relativ kurzen Beschreibung und, äh, das ist schon erschreckend gut und bis, äh, so ein kleines Spiel wollte ich dann auch generiert haben, ähm, das hat auch fast funktioniert, also es ist gar nicht so weit weg davon, dass man dem so grob sagt, äh, ich möchte das haben und dann kommt sowas raus und man kann das eben lokal ausführen. Fand ich interessant und, äh, ja, ja, damit habe ich dann auch nebenbei ein bisschen rumgespielt. Hm, also was alles möglich ist. Erstaunlich. Es kommt eine Menge, denke ich mal, dieses Jahr noch auf uns zu, aus dem Open-Source-KI-Bereich. Ja. Sehr cool. Ich hätte nochmal ein ganz kurzes Thema oder, äh, hat da jemand eine Frage dazu von euch? Ach, sehr gut. In den Chats haben wir da noch was. Aber, ne, mach einfach. Ja, also ich habe natürlich noch ein paar andere Sachen, aber, äh, eine Sache, ich glaube, die da ganz gut reinpasst, ich hatte letztens mit verschiedenen Kunden das Problem, ähm, die Server richtig zu benennen oder Rechner so richtig zu benennen. Ja, welchen Server meinst du denn jetzt? Bei manchen ist es Server 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Äh, bei manchen dann aber, ja, der, der jetzt gerade da steht, der für das tätig ist und so weiter. Von daher habe ich letztens einen Server- und Computer-Namen-Generator geschrieben. Ähm, und, also ist es noch sehr, ist es noch sehr manuell, aber vielleicht mache ich da mal auf Linux als Admin ein cooles Video zu. Ähm, was mir am Ende einfach, ich glaube, ich habe 950 deutschen Vornamen genommen, also die man halbwegs aussprechen kann. Sowas wie Sabine, Viktor, ich gucke, wobei Viktor ist das, egal. Aber jedenfalls, sowas in die Richtung. Und, äh, genau, ja, weil, beispielsweise bei anderen, andere haben irgendwie Star Wars, äh, Vornamen, Benennung und so weiter und alles Mögliche. Und ich glaube, äh, ja, Städte habe ich mir mal überlegt, ne, kann man auch nehmen, ne, ähm, aber, ja, jetzt ist es tatsächlich zu den Vornamen gekommen und jetzt habe ich hier den Viktor neben mir beispielsweise stehen, ne, und der, äh, rechnet hier fleißig vor sich rum. Äh, was haltet ihr davon, beziehungsweise habt ihr da zufällig auch eine Benennungsregelstrategie? Ähm, würde mich mal interessieren, ja. Jabba, der Server. Der ist etwas behäbiger. Ja, 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 und will immer belustigt werden. Sonst landet nicht der Server in der Grube. Äh, also ich habe gar nicht so wirklich Probleme, Servernamen zu finden, also meistens sind die relativ pragmatisch bei mir einsatzgebunden benannt, also, pfff. Okay, ist auch cool, ne? Ja. eine Nummer kann man sich zu wenig merken, finde ich, ne, manchmal. und, äh, äh, was ich ganz häufig habe, sind die Server so, dem nachzubenennen, wo sie stehen. Ähm, also beispielsweise bei welchen, äh, Hoster sie sind, das habe ich zuvor auch mal gemacht, ähm, oder auch in welcher Straße sie stehen, ne? Also sowas in die Richtung. Also meine Rechner heißen dann meistens, gehen in die Richtung, aber ich gehe jetzt in die, in die Vornamen rein und, äh, meine Güte, ne? Je nachdem, ja? Dann hat man, äh, auch direkt, wenn man eventuell mal später irgendwann Familie hat, direkt jetzt schon den Stress, ah, wie nenne ich meinen neuen Computer? Das hat man ja jetzt schon eigentlich, ne? Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber, äh, ich habe schon ein paar Leute mitbekommen, die schon sich lange Gedanken darüber gemacht haben, wie sie ihren Computer denn überhaupt nennen, ne? Als Rechnername. Ja. Ähm, das ist schon auch mal sehr witzig. Aber kann ich dir mal kritisch eine Frage dazu stellen, wird das nicht zur Verwirrung irgendwann führen, gerade, ich sag mal so, im, im Support oder ähnlichem, wenn, wenn, wenn dann jemand fragt und die Doku guckt und fragt, äh, läuft denn der Erik und der andere sagt, nee, der sitzt neben mir, warum? Ähm, oder? Erik ist abgestürzt. Ja, das weiß ich. Ja, oder sowas. Ich spiele da nicht gerade exklusiv. Ich glaube, ist der Vorname nicht gerade ein bisschen eher ungünstig gewählt, gerade wenn man mit Menschen zu tun hat, die, die ja nun mal Vornamen haben? Also rein theoretisch. Ja, meine Güte. Aber es gibt auch ultra witzige Situationen wahrscheinlich dann. Wäre klar. Ich update jetzt mal den Erik, ne? Ja. Hast du versucht, den Erik mal neu zu starten? Ja, der ist schön, der ist schön. Ja, aber, die Sache ist, was für, was für Namensgebungen gibt es sonst noch? Also ich habe verschiedene Namensgeneratoren gesucht, für Fantasy-Namen, Herr der Ringe, Star Wars, alles Mögliche. Ähm, aber, äh, ich hatte dann viele, oder auch englische Namen, und die so, ja, nee, mit einem englischen Namen, da kannst, kannst du mich jagen mit. Also, hatte ich auch einige. Und, äh, von daher, ähm, bin ich jetzt auf solche deutsche Vornamen gekommen. Man hätte auch irgendwelche Städte nehmen können, oder sowas, aber, ja, je nachdem. Ja, könnt ihr mal reinschreiben, beziehungsweise, ja, ob ihr da auch mal das Problem hattet. Jedenfalls jetzt, äh, so, so ein Namensgenerator, sage ich mal. Ja. Also ich denke, das ist auch von Anwendungsfall zu Anwendungsfall durchaus verschieden, ne? Also, wenn du jetzt eine Firma bist, die verschiedene Standorte hat, dann möchtest du vielleicht den Namen des Standortes mit in den Namen einbauen, dass du denn weißt, aha, äh, wenn es ein Problem gibt, wo müssen wir hinfahren? Kann durchaus relevant sein, oder auch nicht. Oder, ähm, dass du es nach Funktionen, äh, machst, dass das jetzt der Rechner für, äh, pff, die CNC-Fräse ist, oder irgendwie sowas, dass du das mit da reinpackst. Oder, das ist jetzt der Drucker-Obergeschoss, äh, drei, oder so irgendwas. Also, es kommt drauf an, ne? Also mit den Namen, wo jetzt, äh, der Martin, äh, und im Gegensatz zum Volker erschließt sich ja erstmal nicht. Und, äh, ja, also, ich würde sagen, es kommt echt extrem drauf an. Was ich auch gesehen habe, waren Pokémon-Namen und, äh, ja, Herr der Ringe natürlich, ne? griechische Mythologie, die Götternamen werden hier gerade noch im anderen Chat, das gibt's schon. Das ist denn für die Elitären, die damit angeben, ja, übrigens, ich habe ja Geschichte studiert, oder ich hatte mal Altgriechisch, irgendwie sowas, kann man natürlich auch. Oder Süßigkeiten, erreicht denn das Maß des Snickers, oder? Kann ich mir auch richtig gut vorstellen, im Support dann, auf jeden Fall. Was? Mein Maß funktioniert nicht. Ich hab Reilas abgegradet, das heißt jetzt Twix. Sorry. Haha, genau, ja. Kannst du mal London neu starten? War nicht schlecht. Der Volker kommt ja auch nicht mehr in die Hufe. Haha, lustige WLAN-Namen gibt's auch, ne? Obi, WLAN, Kenobi, oder LAN Solo, äh, Solo, ja. Stimmt. Ich hatte auch letztens einen Kunden, der hat einen WLAN gehabt, äh, das hieß IP, also wie die IP, ne? Und dann als nächstes, äh, hier Wörter, On You, ne? Und, das fand ich auch sehr witzig. Ah. Na ja, ja, Okay, okay. Raider heißt jetzt Twix, genau. Nimm zwei. Ja. Aber tatsächlich jetzt, ja? Was ernsthaftes nochmal? Ja. Ich, ich wollte auch nur sagen, also so richtig was, was, was richtig, also verwechslungsfreies, wird nie so ganz möglich sein. Also es sei denn, du nimmst so einen kryptischen Namen, die du gar nicht zuordnen kannst. Also irgendwo aus einer Lore oder was weiß ich, ähm, oder aus irgendeinem Spiel, was relativ unbekannt ist. Nur so kriegst du es hin. Oder eben wie da der Vorschlag, äh, von Nein, nein doch, äh, war es relativ das Ganze zu, äh, logisch aneinander zu, äh, Ketten mit eben Kundenkürzel, äh, Zeitstempel, laufende Nummer, dreistellig sowas, ähm, anders kommst du gar nicht um solche Sachen herum. Es ist nochmal so. Wahrscheinlich, ja, ja. Oder, also es gibt ja auch nur viele, die mit Nummern hochzählen, ne? Meine Firma hat Harry Potter Namen. Da hatte mal wieder der einzige Windows Server ist. Hahaha. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Ja. Das ist auch gut. Schön. Hagrid ist abgestürzt. Ich hab übrigens mal, äh, um mal aus dem D-Kästchen aus der Arbeitswelt zu plaudern, irgendwann mal angefangen, unsere Testproxmox-Instanzen, die wir so auf der Arbeit haben, nach, ähm, Raumschiffen aus dem Halo-Universum oder aus der Halo-Spiele-Serie zu benennen. Fand dann mein, mein Kollege nicht so cool. Ich fand das irgendwie doof. Oh. Was hätte er lieber genommen? Ja, er fand's einfach nur doof. Also es ist, da war die, ähm, ähm, Diskussion beendet und die Kiste heißt immer noch Pillar of Autumn und, ähm, wie sie alle heißen. Schon sehr geil. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich hab's aber nicht genannt. Und gekonnt ignoriert. Ne, ich hab's zur Kenntnis genommen. Er find's doof. Ja. Okay. Sehr cool. Dann von mir aus, ich wäre durch für heute. Ja. Also, hast du noch was, Micha? Sowas Kleines, oder? Nee, 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 ich bin auch soweit. Ich, ich hab mein Thema oder meine, meine, mein Gedankenspiel geäußert. Ich durfte noch mal Kritik an der Namensgebung geäußern. Ich bin glücklich für diese Folge. So Speisenamen auch witzig, ne? Spätzle mit Käse. Was? Ach du Scheiß. Pizza Hawaii. Döner mit Chicken. Ja, genau. Chicken back nuggets. Aber die 20. und in die 6er-Box. Was ist denn mit dir im Döner? Ja, der brummt. Okay. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ist er noch warm? Ich rieche heute wieder richtig nach Döner heute. Und blinken tut er auch. oder mit Knoblauch. Okay, gut. Mit alles. Ja, ja, ja. Immer mit alles. Ähm, war auf jeden Fall super schön, ne? Dass ihr jedenfalls wieder mit dabei wart und zugehört habt. Fleißig mitgeschrieben, mitdiskutiert habt. Und an alle Zuhörer natürlich auch. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ansonsten, ich, äh, mach tatsächlich jetzt noch gleich ein bisschen Livestream auf, äh, Linux-Guides auf Twitch tatsächlich nur. Und da werden wir ein bisschen den Rechnungs-Assistent, äh, weiter programmieren. ne? SSH-Döner, das, äh, da sehe ich mich auch, muss ich sagen. Und, ähm, ja, na, war wieder eine schöne Runde auf jeden Fall heute. Ja, genau. Gibt es eigentlich wenig, äh, dazu noch, äh, zu sagen, ne? Also abonniert uns alle hier. Links stehen, äh, irgendwo in der Beschreibung, wo ihr es auch findet, ne? Also, äh, äh, genau, Linux-Guides, Linux-Guides-Admin, natürlich Saint of Sinner auf Twitch und, äh, meine Wenigkeit hier, äh, nicht dabei seit letzter Schluss auf YouTube und auf Peertube. Genau, alles abonnieren, Glocke drücken und, äh, was weiß ich, was man da jeweils so tut. Genau. Ja. Server-Royal-TS. Sorry. Äh, 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 was? Das war auch nicht schlecht. Ach, schön. Sehr schön. Genau, ähm, damit wurde, glaube ich, alles gesagt. Das war alles sehr, sehr gut. Ja, sind durch für heute. Der Jean macht heute mal auf Twitch weiter, ich heute nicht. Wir wollen uns ja nicht gegenseitig das, ähm, Wasser abgrasen. Nee, wenn du jetzt weitermachen willst, dann verschiebe ich, ne? Du hast ja nicht. Nee, 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 nee. Ich war heute eh den ganzen Tag unterwegs, alles gut. Gut, 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 gut. Das, das kommt mir sehr gelegen, dass du heute einfach mal außerplanmäßig, äh, das Ganze machen möchtest. In diesem Sinne sage ich mal, ähm, danke für's dabei gewesen sein. Bleibt gesund, abonniert uns alle irgendwo durch die Bank weg, vielleicht sieht man sich in Kiel dann irgendwann und, äh, ja, habt ne schöne Zeit. Oder zum nächsten Podcast auf jeden Fall. Genau. Genau, spätestens dann. Genau. So. Ja,